Hallo Leute, hier bin ich wieder, eure Zweifamuto. Und ich mache einen Aufruf zu meiner neuen Story. Die heißt My Life Barrels. Also ihr könnt, wenn ihr mitmachen wollt, aus jedem Anime einen Charakter wählen. Egal welchen, mir ist alles recht. Ich zeige euch dann am Ende vom Video, welche besetzt sind. Gut, also ich bräuchte noch 10 Leute. Mindestens. Wenn es mehr sind, wäre es noch besser. Okay, und ich zeige euch jetzt noch am Schluss, welche besetzt sind. Also dann, tschüss, das war's dann. Also dann, tschüss, das war's dann.